Ein Plattenspieler, ein James-Bond-Optik, das ist der Navaris, den man so bei Amazon kaufen kann. Für unter 60 Euro kommt man in den Genuss der knisternden Musik. Es kommt so ein bisschen Retrofeeling auf. Mein Name ist Paul Kramer, gucken muss das Teil nach dem Intro einfach mal genauer an. Ab geht's! Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen auf meinem schwimmenden YouTube-Studio. So, hier müssen wir mal kurz Pause machen, bevor die Gamer uns wieder einen reinwirkt und dieses Video nicht monetarisierbar ist. Ich werde es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde euch zeigen, was es denn kann, wofür es da ist und was es überhaupt bringt. Wer sich übrigens im Laufe des Videos dafür interessieren sollte, für rund 53 Euro kriegt man den Navaris-Plattenspieler bei Amazon. Link ist unter dem Video in der Infobox drinnen. Ich persönlich bin noch mit Schallplatten groß geworden. Es gab da schon längst Kassetten und sowas, aber wir hatten jede Menge Geschichten auf Schallplatten. Pinocchio und Biene Maja und Pipi Langstrumpf und Konsorten. Und die habe ich da immer gerne drüber gehört. Meine Mutter hatte auch nochmal Peter Maffay als Platte und ich fand allein die Technik schon mega cool. Das Knacken des Staubes, der hier auf der Platte drauf ist. Also ich finde es cool, dass diese Dinge auf jeden Fall eine mega coole Retrowelle jetzt momentan erleben. Es gibt auch wieder jede Menge neue Schallplatten zu kaufen. Wie hier zum Beispiel von ACDC habe ich erst letzte Woche gekauft, um das hier einmal kurz vorführen zu können. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Flohmarkt, wenn wir da ein paar Platten für die Kinder ergattern können. Aber schauen wir uns das Gerät mal genauer an. Warum dieses Modell ganz klar Preis, Leistung und Optik stimmt. Man bekommt hier auch die Koffer in verschiedenen Farben. Man kann das mitnehmen, transportieren und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Auf der Rückseite des Koffers haben wir unsere Anschlüsse. Also das ist einmal der Strom. Das ist einmal Line Out, das wir zum Beispiel direkt in die Stereoanlage mit einbauen können. Der AUX-In, wenn wir hier über die eingebauten Lautsprecher irgendwas abspielen möchten. Zum Beispiel vom Handy. Und einmal der PC-Anschluss. Dann haben wir die Möglichkeit mit dem Teil unsere Platten auch zu digitalisieren. Was für mich persönlich nicht der Kaufgrund war. Weil wenn ich auf YouTube gehe oder auf Amazon oder sonst wo, kann ich jeden Titel auch irgendwie runterladen. Oder auch kostenlos zum Beispiel hören. Mir geht es ganz klar um das Feeling der Plattenspieler, das Plattenspieler-Feeling. Und das hat man hier auf jeden Fall zu Genüge mit. Wir haben hier einmal unseren Riemen angetriebenen Teller, der hier auch nochmal gummiert ist. So dass die Platte auf jeden Fall stramm sitzt und auch nicht verkratzt. Mit dem größeren Loch haben wir natürlich auch die Adapterplatte hier mit beiliegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie diese Platten dafür heißen. Ob das Maxis sind oder sonst irgendwas. Gibt es bestimmt auch einen speziellen Namen. Wir haben hier einmal unseren On-Off-Schalter, der auch gleichzeitig die Lautstärke mit regelt. Mit 33, 45 und 73 haben wir hier den Speed-Knopf. Das können wir hier einstellen. Und wir haben die Möglichkeit des Auto-Stops. Das heißt, ist die Platte zu Ende, dann hört die Platte auch auf zu drehen. Wer für den Platten-Spieler noch eine Anleitung braucht, ich denke mal eher, wenn es ums Digitalisieren geht, da ist nochmal eine Software mit dabei. Und der kann auf jeden Fall das Ganze nochmal hier in Deutsch nachlesen. Das ist auf jeden Fall alles sehr gut und einfach beschrieben. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn das hier keine CD, sondern eine kleine Mini-Platte gewesen wäre mit irgendeinem coolen Lied drauf. So ein Oldie oder so ein Retro-Stück. USB-Kabel ist auch noch mit dabei, um das Ganze natürlich mit dem PC zu verbinden. Also wer irgendwas Seltenes hat, was man nicht aus dem Internet beziehen kann, dafür macht es auf jeden Fall Sinn. Für alle anderen muss man selber wissen. Weiß ich nicht. Die Stromversorgung läuft über USB, ein Netzstecker ist auch mit dabei und einmal diesen Klinkenstecker, den man hinten in den Plattenspieler einstecken kann. Das Ganze dann ab in die Steckdose und schon sind wir betriebsbereit. Platte drauf, ganz wichtig, hier unseren Arm entriegeln. Dann können wir das Ganze einschalten. Ich lasse es jetzt mal ohne Lautstärke laufen, denn sonst habe ich was mit der G-Marm laufen. Wir können unseren Arm hier anheben, ein Stück nach vorne werfen, runterlassen und das Ganze läuft dann automatisch Track für Track. Klar, wer High-End möchte, der kann sich natürlich hier oben noch einen anderen Kopf dafür kaufen oder spezielle Nadeln und was es da nicht alles für gibt. Aber ich finde in der Preisklasse, um einfach mal reinzuhören, ist es ein schöner, guter Plattenspieler, der für das Geld auch gut verarbeitet ist und der sich ohne Probleme mitnehmen lässt. Den man auch als Deko-Element einfach mal in der Wohnung stehen haben kann, ohne dass es aussieht wie irgend so ein altes, vollgestaubtes Technik-Blockgerät. Lautsprecher sind hier integriert, die könnten ein bisschen basslastiger sein, aber für noch mehr Lautstärke und Bass kann man natürlich mit externen Lautsprechern arbeiten. 2,5 Kilo wiegt das ganze Teil. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Informationen soweit weiterhelfen. Der Link ist unter dem Video in der Infobox. Ein Abo dürft ihr selbstverständlich auch da lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen beim nächsten Produktcheck hier auf Videocheck. Euer Paul Kramer. Ciao. Euer Paul Kramer. Aber das habe ich auch